Willkommen zurück zu Alien Isolation. Willkommen zurück. So, jetzt bin ich dran. Ivan kam ja hier nicht weiter, demzufolge. Aber ich muss gerade sagen, aus deiner Perspektive, also quasi, dass ich nicht direkt spiele, wirkt das Spiel ein bisschen ruhiger. Weil als ich das selber gesteuert habe, ich habe gar nicht durchgeblickt, was ich tue. Kann ich hier nicht irgendwie hüpfen oder so? Ah, man soll da wahrscheinlich nicht lang. Scheiß den Kopf rein. So, was hast du vorhin? Wie hast du denn diese... R3, achso, L1 gedrückt halten, genau. So, ich muss ja auch mal alles ausprobieren. Sorry Leute, wenn ich irgendwann mal aufstoßen sollte. Ich habe gerade in der Pause sehr viel Brause getrunken und irgendwie wollte das Bäuerchen nicht kommen. Da war es auch schon. Ich hoffe, ihr habt das nicht so gehört. Denn wir sind ja normalerweise mit Ivan keine Schweine. Nur ein Ferkel. Ja, nur ein Ferkel. Oh, wo bist du da jetzt hingekommen? Ja, hier war eine Seite noch so ein... Echt? Ich habe gar nicht gesehen. Kann ich hier was machen? Vollfett an die Schraube drehen. Was ist das hier? Always someone... Warte. Was ist das hier? Ne, 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 nicht das da. Das da von... Ja, hier, hier, hier. Someone... You always know working, Joe. Someone knew you always know... Du weißt immer arbeiten, Joe. Someone knew. Jemand wusste. Okay, dann wissen wir das auch. Wer war denn hier so ein Schmierfink? Vor allem so... So nah. Ja. Was? Moving. Oh, oh, oh. Hier habe ich schon gesagt. Geil. Ich bin schon immer. Was schon meine Eltern damals angebettet, ihm sagt, nee, das Fall. So, das ist so. Ich habe es gehört, so war es meine Schritte. Nee, ich glaube, das ist nicht so laut auf. Die Glühweinigkeit. Und klären Sie mal. Doch mit der Alte. Das hat aber wirklich dünne Ärmchen. Hier nochmal schockt, ne? Für was auch immer wir das brauchen, aber alles mitnehmen. Erstmal. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt begrenztes Inventar hat, oder... Nee, kann ich dir auch nicht sagen. Irgendwas draufstehen war es. Naja, da gehe ich aber noch nicht mal an. Ich gucke erst mal hier. Ja, mach das Rad aus. So? Ja, nochmal an. Yeah! Schon besser. Ah, da ist schon wieder Schrott oder so ein Kack. Ja, Schrott. Schrott. Einmal... Halt, war da noch was? Nee. Hallo? Ist da wer? Ja, fragt mich auch gerade. Pfff. Schau mal, da blinkt was. Nicht, dass ich jetzt alles setze oder so. Strom wiederherstellen. Ja, mach doch mal. Hintertür. Hier vielleicht so, hier ein Kabel. Ein Kabel einmal ziehen. Da ist der Praktikant mal wieder drüber gestolpert. Ja, da ist auch wirklich sehr dunkel gehalten. Das stimmt schon. Und hier ist jetzt noch mehr dunkel. Schießt dann noch mehr dunkel. Dunkler geht schon gar nicht mehr. Zugangs... Oh, was? Schmerzcode benötigt. Man kann hier auch nicht boxen oder so, ne? Nö. Man kann einfach dann... Kannst du hübsch mit dem Kopf wackeln. Den Schicksal ergeben, wenn es ein Alien kommt oder so? Das heißt, wenn es Alien kommt, ne? Dann wackeln ein bisschen den Kopf mit dem Kopf und singen dabei Bangalala. Bangalala. Durch die Nutzung dieser Terminal wird die Karte aktualisiert. Oder so. So, deine Karte ist jetzt wieder fresh. Ja, wir gucken ja erst auf die Karte. Funktioniert ihr denn überhaupt nichts? Aber echt, ey, folgen mich hoch. Hier ist... Da war so eine Art Kontrollstation. Hier gleich hin. Ich würde bloß mal hier schnell gucken. Hier ist nichts. Ja und Ivan weiß mich gerade darauf hin, dass ich ein bisschen leise rede. Entschuldigung. So. Daniel redet nicht leise. Er ist konzentriert. Da ist. X, 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 Xita. So. Sach, noch mal mehrmals kann ich ja auch speichern ja so und dann schauen wir mal was wir hier da kannst du wieder lesen freigeben ok weiter geht's nicht auf audio die auf ja abspielen x wir haben eine spur irgendwo im maschinenraum regeln sie das terminal ab schalten sie den strom ab und vergessen sie nicht ihre berichte die müssen wasserdicht sein ihre berichte müssen wasserdicht sein wenn all das hier vorbei ist ja wir sind ja aber nicht wir sind ja nicht jahre sind hören also wir auch nicht stellen sie den strom zum abflug wieder her aber warum stand da jetzt der recht dass der strom jetzt ist wieder stockfenster ist unser schiff aber der strom ist wieder weg du musst noch mal den das ding an machen glaube ich kann ja nichts mal machen das ist eine einmalige sache gewesen heißt das wir haben jetzt unseren strom verballert um den scheiß anzuhören ja wahrscheinlich so na gut dann gehen wir da hin wo es nicht dunkel ist ich kann mich gar nicht erinnern also die firma und bis jetzt erinnert mich nichts hier an den film hier ist auf jeden fall kurzer ich setze neben dir hier ist passiert gar nichts hier haben wir aber grünes licht die ruf von da kommst du glaube ich ne ich bin von da oben gekommen nun ja aber ursprünglich ganz ursprünglich da oben ja ja nee es geht ja sonst nur so weiter hier ist ja alles dicht und schwarz ja aber wir sind ursprünglich von dort gekommen dann sind wir in dem ding vorbeigelaufen hoch zum kommando ding ja die man den screen links hier ja nein ja hier dann diesen bildschirm ist ja genau hast du sie und ich bin manuel neuer woanders woanders geht es doch hier aber nicht das auch eine karte ist weißt du ja aber solange ich hier also ich möchte sagen wir sind von ihnen das hier ja aber dann muss sie hier sind die sind die nahe von dass man hier strom wiederherstellt es muss noch ein geschehen strom wieder wie wir wieder hin und erste kaputt gemacht ja schön so gucken wir mal ähm wir sind der grüne ne ja wir sind das grün wer ist das weiße äh 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 ich würde mal sagen wir gehen wir haben jetzt hier noch besucht ich kann ja hier nichts machen dann gehen wir zurück vielleicht muss ich mir mal die nüschel glauben was willst du mir die nüschel den schlüssel klauen ja ich habe es genau so alles gesagt während die nüsse kraulen nötig er wie gehen hier mal wieder bringt hier nichts oder war das die rechte zu nehmen die rechte auf die jungen nüschel wieso ich und ich weiß ja hier haben wir doch kein zugegeben okay du kennst es aufzeichnungen touchpad doch nicht ja es bestimmt die 5 8 9 3 was ist ja auch die 5 8 9 3 ist nicht wie viel 5 8 9 falsch verkackt dann ist es die 1 ja ich bin wir eben wir müssen den code verlassen sind drin los körper ist schon auch wieder nichts also der code muss ja auf jeden fall hier in so einem terminal sein und dann habe ich da bin ich genau nachgeschaut also wir sagen immer die aber du kannst in deinem menü gehen wo die karte ist und dann gehst du jetzt auf r1 ja und jetzt kannst du gucken ob da irgendwo so ein code ist jetzt r2 ne sondern nö ist nix nö is nix nö ist nix nö is nix nö ist nix r3 redet er weiter wir gucken noch mal wie gesagt aber ich glaube ja das da wie gesagt leute ist ja blind deswegen rennen wir hier auch um die bekloppten da muss doch irgendwo drin stehen ja drückt den linken knopf von oben oder so 0 3 4 0 0 3 4 0 nächsten mal ein bisschen mehr lesen ja dann müssen wir wirklich lesen ist die scheiße und hier war wieder so ich weiß dass den gut gleich noch speichern gehen wie rennst du sie können drücken die lös so verarscht wurde 0 3 4 0 oder wie ich schaue noch mal nachreden so zum Beispiel die ehemaligen was erreicht mich jetzt hier wenigstens ein Maschinengewehr das sind um zu beheben das ist nehmen Antihamoridencreme mehr nicht immer aber jetzt da hier der liebste das springt so fängt es schon an in kraft glaube ich kann man ja oder sich kapseln medikit jetzt haben wir halt 1 60 sie haben einen Bauplan gefunden greifen sie mit kreis auf das baum in die zu und bauen sie auf das gefunden oder als ausgefundenen teilen zusammenkreist ausstattet ihn mit zum betrachten das ist das was du und ist L1 ja L1 und jetzt und nach unten mit dem Steuerkreuz oder sonst wie ja x das nächste ist letztendlich der heute noch mehr um L1 gebastelt was bringt uns das jetzt wir haben ein medikit wir können uns jetzt heilen ach medikit haben wir gebastelt ja gut aber es gab ja noch keinen der uns hier irgendwie außer ja wir haben schon vom spiel auf die fresse gekriegt ohne was gemacht zu haben nochmal so ne creme doppelt hält besser ja jetzt stehen wir ja wieder wie geht es ja auch nicht irgendwie weiter ja aber du musst unter dem koffer ich glaube der hat nichts zu sagen erleuchtet hätten ich dachte wir stellen uns jetzt hier irgendwie so die art brecheisen oder sowas und dann reparieren wir mit dem brecheisen Generator oder was die anzüge scheiße so hier waren wir zusammen können wir dann jetzt hier ach jetzt ist hier ne von dieser Welt kommen vielleicht müssen wir doch hier ist das Radio Nene meinst du nicht dass wir zurück zurück damals oben ist jetzt was offen da drüben ist noch zu ich weiß es ganz ehrlich nicht aber wir können Rennen nicht vergessen ich weiß es ja auch nicht Strom wieder herstellen wir brauchen Strom schau auf die ich schau doch mal auf die Karte Moment ich guck jetzt mal noch ob hier inzwischen das haben wir ja angeschaltet ist hier noch irgendwas zu betätigen irgendein Knopf muss doch davon nö auch nicht und hier stand jetzt auch nicht irgendwie was wo man den anschaltet hier stand der Dings ja keine Panik niemand geht mehr und runter zum Terminal nicht nach dem Vorfall wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp holen sie die Nachschub sie sind vielleicht lernen sie dann in Zukunft besser aufzupassen ich verstehe es nicht wir haben eine lange gewaltige Reise aber leider ist hier zu Ende Siegson Comparation möchte bei der Gelegenheit all jenen danken die im Laufe der Jahre auf sowas okay so was du wohl gearbeitet haben und gelebt haben aber Leute Fenster machen wir nicht zu das könnt ihr vergessen hier ist richtig scheiße warm ähm halt's mal unser Vertrauen und unsere Investition in die Situation schwanken nie Sie können sich darauf verlassen dass Siegson's Apollo Haupt-KI und Hiwi-Androiden ja leck mich doch am Arsch und den scheiß Namen hätten sie nicht aussuchen können oder was Siegastopol dienen werden bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft denn schließlich ist er was der Polen nicht nur eine Station wir sind Menschen und Hunde Menschen und Hunde so Audio hatten wir uns ja Zubehör vielleicht ja da stellen sie den Strom zum Abflug wieder her leck mich doch am Senkel ja wo denn Energiekunden Punkt D13 Oh mein Lüftchen weh ich weiß was hier macht was hast du gemacht ich weiß nicht ich hab einfach X gedrückt die rennen die da hin wo sie wo sie herkommen schnell wir wollen auch weg nein wir wollen da hin wo die herkommen wo die hergekommen sind jo nicht wo die hingehen nee nee recht man musste dabei Zubehör einfach anklicken das ist super wohl sein wird wissen ja der Leuchtfackel Leuchtfackel ja hier sind zwei hier hergekommen aber die standen dort schon die haben sich hinterm Koffer versteckt und das ist noch so ein Koffer wo die uns jetzt verarschen wenn ich das jetzt richtig sehe ist hier schon wieder zu jetzt ist oben ach oben ist ja jetzt offen da stand ja äh entriegeln Sie oben warte mal nee warte mal da waren wir drin schon da waren wir schon drin ja da aber nicht mehr von dort kommen wir jetzt muss er hoch und Töpfe ich will irgendwas haben womit ich jemanden ja du sollst deine Stimme ein bisschen anheben ich meine ich will irgendwas haben womit ich jemanden schlagen kann oder dann verteidigen kann oh ja Daniel hat diese Stelle nicht dich versteck dich darin wie klein die ich sich machen kann leck mich am Arsch oh so ein Stromkabel ist bestimmt gut ja 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 ich habe noch zweimal vielleicht wir sind hier links und rechts gucken die Lüfte ist rein die Lüfte ist hier so rein Schules Manitou okay anscheinend haben wir noch das Glück dass kein Alien kommt ey warte da stand was noch mal oh mein Gott liebte viel subkontane impfpistole subkontane heißt unter die Haut so gut ist es ist unterhaut die Spritze die bis zum unterhaut Fettgewebe erreicht der Stand hat rechts was warte warte das andere rechts nee da ist nichts komm doch gar nicht in die Gegenwart bist du doch schon wie bei äh da da links stand was an der Wand bisschen hoch tomorrow no together future äh morgen nein zusammen Zukunft hä? mhm oh man was zur Hölle ist dir passiert? ja das frage ich mich auch ja das frage ich mich auch ja no hospital kein keine Krankenhäuser keine Behörden keine Hoffnung ja das habe ich mir gemerkt weil ja ähm Hub Hoffnung heißt äh na vor allem von uns dreusten der kleine Hub ja ja der kleine Hub ok hier ist ja ein scheiner Restaurant aber leider da auch schon zu ist es eine U-Bahn Station oder so schaut aus wie U-Bahn sind wir hier auch ein Raumschiff? dachte ich jedenfalls eigentlich ja doch das ist immer noch ein Raumschiff hier ist jemand eingebrochen? ne das ist nur eine Scheibe ich dachte jetzt das wäre eine Öffnung wo man durchgehen kann und hier kann man nichts machen ich hab wir haben noch nicht diesen Schlüssel wo wir dann hier drauf holen könnten einen Ionenschneider benötigt wir haben ja nichts oder gibt es hier noch irgendwo anders ne ist doch nur das im Moment, ne? ja wo ist denn hier unser ganzes Schrott? äh wir kriegen glaube ich diesen Schlüssel noch diesen ja aber wir haben doch Schrott eigentlich ach so das war ja stimmt das war ja hier schacke oder eine Mann ach und können eine nehmen kann ich mit der Hauen nein du es nicht ich will nur hauen mit der Höhle gar nicht ich will gar nicht ja wetten du machst die an schmeißt die weg ich kann auf jeden Fall hier so wie machst du das ist jetzt echt ein Medikin in der Hand der Hand direkt zum aktivieren dann können wir uns heilen ohhhh das Schwede na gut dann gehen wir mal weiter hier ohne laufen was soll ich sagen mit wir das laufen nicht verlernen ich mag ja normalerweise spiele nicht blind spielen genau deswegen aber da ist ja nicht alleine spiele und ich gleich wieder abgeben muss was 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 war das illuminati da hat sie die hat tasche hat auch keinen bock auf das spiel der hat sich einfach er cheated rausgecheatet sie einfach verlinisiert kein zugang stand da noch entry also da hinten ja aber das ist es ist es sei der lichter oder so mitnehmen kann aber hier ist nichts wie immer hier auch nicht na gut dann können wir auch wieder vor ja ich glaube da kann man die Treppe hier rum na da ne ja hier hinten waren wir schon das jetzt auch wenn ich von hier rum bekomme ich weiß das schon gar nicht mehr ne hier oben waren wir noch nicht ne so komische Geräusche oah link oah die Torrents oah was hat die denn hier zu suchen die haben wir doch erst nächste woche erwartet hier drüben Verlaine Ziel aktualisiert so gehen jetzt die Rollos runter weil das ziemlich unfair ist wo das ja hier noch nicht dunkel genug ist oder wie das hier da hinten ist grünes licht wir können hier nur wieder runter aber ich würde sagen hier diese Treppe gehen die wandern runter ok ein kleines Stück weiter gekommen sind wir ja dann sag ich mal tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt Alien Isolation Isolation und vielen Dank fürs Zusehen wir sehen uns das nächste Mal ja vielen Dank tschüss tschüss tschüss